recht herzlich willkommen zur 47. folge von grand age medieval ja wir wollten hier weitermachen bei milos dusan und ja der hat klamotten mitgenommen mir oder so die wollen wir verkaufen dann müssen wir wieder geld schäffeln das salz ein bisschen loswerden alles loswerden für den preis haben wir auch gekauft kann man ein bisschen zulegen damals wird dazu 418 werkzeuge da werden wir auch welche los 60 kann das einkaufen 134 173 gekauft da kann man was loswerden 35 fleisch und brot wäre hier produziert und da oben mit reide aber davon ist nichts da gut dann müssen wir weiter ich weiß gar nicht mehr von wo wir gekommen sind oder so ich glaube von unten nach oben ich weiß nicht egal spielt keine rolle da müssen wir mal gucken 140 149 ne das war es nicht wo nicht 88 nicht 88 sondern 80 den kaufen wir doch mal ein bisschen ein sind zwar nur 8 aber bringt es doch oder werkzeuge jetzt machen wir mal 50 30 dazu das ist auch schon mal was kohle für 48 einkaufen so gut 35 steine können auch kaufen aber wer will steine kaufen drohen für 240 das ist schon teurer preis glaube da wäre jetzt noch das getreide für 37 und ich habe mal da kannst du den rest fast mitnehmen da kommen wir mal mit und die steine sind auch 37 ja man ist nicht voll wir haben kein geld mehr das war das entscheidende gut okay dann gehen wir nach hier unten in konstantinogel kommen dass ein bisschen geld machen 140 können wir noch was zukaufen fälle gehen auch aber die sind gleich teurer dann naja dann lassen wir es wo nicht gibt es hier für 73 noch billiger kaufen wir mal das kostet das gleiche und das auch das war also ein fehlkauf wahrscheinlich aber ist halt so jetzt 229 das ist hier sogar noch billiger wie das wir schon gekauft haben super aber wenn du einkaufst dann kostet auch schon 250 nehmen wir noch zwei dazu das wollen wir nicht ton wird auch sofort teurer kohle für 46 kommen wir für 48 noch zu das ist nicht steine wenn auch holz und süd früchte für 55 60 haben wir schon gekauft ne ne kaufen wir noch dazu geht nicht oder was wir kaufen gar nichts dazu weil wir nicht genug geld haben ok dann müssen wir das anders machen haben wir mal in der bursa kommt zu dass wir das verkaufen das war jetzt komplett falsch wir müssen nur auf den handel das passt da haben wir für 80 ach so mal gelassen ja hier können wir jetzt etwas loswerden wir wollten das verkaufen ne vierer da könnte man kaufen und da könnte man kommen und der preis ist nicht doll da kann man auf jeden fall verkaufen komplett sogar wo nicht kann man nicht kriegen wir den nicht geht weg 18 davon und Kohle kann man auch loswerden komplett hm kann man noch zukaufen ne kann man nicht wenn man schon zu teuer ok dann geht die reise weiter jetzt mehr ist ja unsere neue stadt gucken wir da doch mal rein ne ja keller ohne ende so 110 136 fälle können wir jetzt kaufen das geht auch noch weg das wäre kaufen das wäre kaufen so und dann ist geld alle können wir los marschieren die was macht dass das das machen wir da noch vorbei schauen wie wir da lassen müssen wenn vielleicht kommen wir gehen auf jeden fall bis nach dahin wo er selber auch noch stopp machen soll naja ist jetzt so genauso der preis das ändert sich nicht hier ist 134 noch 10 verkaufen dann geht es weiter hier gucken was wir da lassen können fleisch 360 zähne mit man jetzt gekriegt ich glaube nicht nur noch etwas loswerden das bringt nix komplett verkaufen keine steine deswegen kann man die auch loswerden betreide ist auch gerade hier schwach kohle haben wir das wenigstens wieder geschaffen dem geld neunmal fleisch salz geht da was 24 fische sind ganz günstig 50 fischer dann gehen wir hier nach aller guck mal da geht die kosten jetzt mal mit sich und wenn man nix das heißt 200 kann man das loswerden wenn auch 200 aber dann kann man nicht alles loswerden oder zähne waren es fleisch und ich kann wieder kaufen 73 und der rest ist hier one und hier haben wir noch ich würde sagen machen wir es mit der kohle noch was bei und die kohle nehmen wir auch noch mit ok dann war es das hier erst mal in aller wo man nach athen mit freude so kann man hier verkaufen und da kann man alles machen genau wir schon mit 55 gekauft kriegen wir auch was los da kriegen wir auch noch was weg die kohle geht nicht ganz komplett weg aber ordentlich was und hier können wir zukaufen da kommen zählstück stoff 415 haben wir jetzt gekauft wolle haben wir noch hier geht nicht das war es dann wohl dann gehen wir nach zählstück da ist er so 120 110 jetzt sind fischlos werden passt jetzt nicht oder und fast komplett weg gehen und das können wir nicht gut ja mitnehmen könnte man die aber der haben wir ja gerade abgeliefert also bringt das nix da kommt schon angeklickt lassen so dann nochmal nach athen zurück 120 sind wir vierer los noch das wird wohl nicht klappen das können wir noch kaufen das gilt immer sogar poli können wir auch kaufen das können wir verkaufen 30 einheiten zu kaufen können wir noch das haben wir verkauft und das macht bier gehen sogar ein paar liter mehr genehmigen wagen okay dann haben wir athen abgedeckt dann gehen wir weiter und da habe ich wieder geschafft zu klicken und dass ich das wollte okay vielleicht haben wir hier aber das bringt uns jetzt nicht weiter gibt es auch nicht der wagen ist ja voll 10 runter da auch nochmal 10 runter oder können wir billiger noch kaufen als wir schon gekauft haben und das ist der gleiche preis 20 dazu und dann ist der wagen voll genau so ist es gut das geht nicht das geht nicht ja fahr du mal da hin und wir müssen die mal da einschicken diplomatie ich habe nicht viel zeit was wollt ihr mir denn anbieten außer leeren versprechen wir brauchen mehr gold dafür kann es also knicken aufsitzen so 30 bier ist weg voll komplett weg der wagen ist dann in der seite leer das ist weg 110 nach und los werden kohle aber jetzt nicht das war es jetzt mal früchte könnten wir kaufen aber die steigen wir fort wohl 60 geht noch und dann ist der wagen schon wieder voll äh kommen wir mal da hin Poncebo gucken wir uns das da mal gerade an früchte 91 ist es auch nicht oder geht hier 170 einheiten weg lassen wir mal so ja den fisch können wir mitnehmen aber den gibt es auch woanders billiger ach so ach so dann ja doch das passt schon das ist immer noch nicht gewesen so da ist unser ein klar die früchte passen 229 wir kaufen immer für 250 ne das hat auch geklappt und weg damit wo man es hier kauft kann einer mal gut teurer ne ja das war es hier erstmal gut aber dann würde ich sagen gucken wir demnächst hier oben noch rum aber für die folge soll es erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann ciao oh neuergang bis dann Untertitelung des ZDF, 2020